Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie alle waren hinter einer halben Million Dollar in Barher. Keiner würde das Geld vermissen. Eine halbe Million Dollar wird immer irgendwer vermischen. Wir warten, bis die Übergabe stattgefunden hat und dann schnappen wir uns das Geld. Ich möchte dich mal sehen, wenn jemand auf deinen Arsch zielt. Das war geil. Ja, das habe ich jetzt gebraucht. Sie hat es also mit dir getrieben. Hat sie das gesagt? Ich hoffe, du hast dich hinterher wenigstens ordentlich geschämt. Ja, das schon. Jetzt stellt sich nur eine Frage. Ich soll in den Kofferraum klettern? Mann, die ganze Aktion dauert höchstens zehn Minuten. Mann, ich steig nicht mal für eine Minute da rein. Wer will hier wen austricksen? Sie schlägt einen Deal vor. Ja, aber was hat sie anzubieten? Sie wollen ihn in eine Pfahle locken? Ja. Das wäre verdammt dämlich. Pam Greer, Samuel L. Jackson, Robert Foster, Bridget Fonda, Michael Keaton und Robert De Niro. War sie tot? Naja, ich ist... Ja oder nein, war sie tot? Ich nehme schon an. In Quentin Tarantino, Jackie Brown. AK Buddy Silk. Wenn du 100 pro sicher sein willst, dass du jedes Arschloch, das dir auf den Nerven geht, umlegst, dann gibt's dazu keine Alternative. Nichts auf der Welt trennt mich und meine AK. Woh! Bis zum nächsten Mal.